diese glocken möchte ich euch zeigen wie die gemacht werden für einen christbaum oder kranz oder auch so als tischdekoration also für diese glocken die man gut an christbäume hängen kann brauchen wir baumwolle da möchte ich jetzt das nix in lila machen und ich habe hier so mehrere kleine glöckchen gekauft die waren ganz preiswert war so fünf stück drin jetzt habe ich die hier auch schon dran genäht und als habe ich jetzt was unten hängt dann ist jetzt die schmackssache wie man das jetzt besser findet eins habe ich jetzt nach oben und hab dann hier fest fest genäht jetzt ist das da unten hat drin also man kann es jetzt machen wie man möchte dass dann brauchen wir die häkelnadel nähe nadel und natürlich meine anleitung jetzt ist die im bisher ist eigentlich ganz einfach aber ich muss euch statt hier oben alles einzeln erklären ist ganz toll sieht auch gut aus was man noch tun könnte vielleicht in schleife hier noch um aber das war mir jetzt zu viel ich bin mehr für das so was einfaches aber das könnt ihr ja machen ihr möchtet vielleicht habt ihr ein paar schicke also wir brauchen hier ein faden ring und der etwas größer das hat nämlich jetzt auch hier zwei bei kleinen nämlich manchmal zwar einen finger macht den faden hier fest dann kommen hier zehn feste maschen also hier die faden 1 3 3 4 5 6 6 sonst flutscht das so schnell aber wenn man das zeigen will braucht man immer was länger 6 7 8 9 10 das wäre jetzt die erste hälfte hier diese hälfte jetzt machen wir zehn luft maschen 1 2 3 5 6 7 8 9 10 das könnt ihr aber machen wie ihr möchtet wenn ihr sagt das ist mir hier zu eng ich möchte eine größere schlaufe hier haben aber das fand ich das reichte mir jetzt dann könnt ihr hier mehr luft maschen also und jetzt kommen 10 feste maschen hier wird noch in den fadenring rein also hier unten und dann zieht ihr das jetzt hier da fest da dann habt ihr das oben schon fertig 2 3 4 5 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 6 7 8 8 9 10 zieht ihr den faden ring zu so jetzt haben wir oben das schon fertig jetzt kommen vier luft maschen 1 2 3 4 die tun wir zu einem ring schließen da gehen wir hier unten rein und machen hier eine kette maschen machen hier eine kette maschen ja ist das denn die möglichkeit so und jetzt und jetzt schließe jetzt vier feste maschen hier rein 1 2 3 4 4 und und jetzt gehen wir hier als opfer das jetzt hier jetzt kommen 8 in jede jede feste masche 2 jetzt gehen wir hier da und machen dazu wie wir wir dann eigentlich bei die anderen sachen üblich ist hier 2 rein hier 2 dann haben wir schon 4 4 5 6 7 8 jetzt ist die reihe auch fertig jetzt nehmen wir uns ein gedächtnis faden legen in irgendeinen kontrast faden legen den hier rein ziehen wir ja später weg damit wir noch wissen wo anfang und ende ist und jetzt geht es hier in jede zweite das wird jetzt geht jetzt hier da seht ihr hier runter da oben haben wir diese diese vier luft maschen mit die vier feste maschen und jetzt geht es hier so rundherum weiter so und jetzt habe ich mich dann verrückt ok jetzt jetzt geht es hier in jede zweite 2 also die erste einmal lassen in die zweite 2 in die nächste eine in die nächste 2 und so machen wir ja drunter rum und in die nächste reihe 3 4 5 6 dann immer 2 so dafür bei die zehnte 40 40 mal und den immer hin und her damit ihr wisst wo der anfang und ende ist dann sind wir nachher bis hier unten das sind jetzt zwei verschiedene muster die erkläre ich euch gleich jetzt mache ich erstmal hier bis zur zehnten reihe fertig jetzt habe ich bis zur zehnten reihe das fertig das ist hier oben immer dieses fest gehägelte teil jetzt habe ich hier drei muster also das hier war dieses muster hier ein stäbchen zwei luft und dann hier eins überspringen und dann wieder ein stäbchen in luftmasche das war diese reihe die zweite reihe ist diese hier das war denn in die zweite luftmasche drei stäbchen rein seht ihr hier in die luftmasche drei stäbchen in die nächste eine feste masche dann wieder drei stäbchen eine feste drei stäbchen und die dritte die letzte reihe wäre vier stäbchen auf da wo die drei stäbchen sind und eine feste masche da wo die feste masche ist vier stäbchen feste masche vier stäbchen feste masche vier stäbchen auf die drei stäbchen das war dieses ist eigentlich ein ganz einfaches muster das war dieses hier dieses da habe ich daneben noch ein zeichnung gemacht da ist die erste reihe ein stäbchen in luftmaschen überspringen und da kommt ein stäbchen eine luftmasche und ein stäbchen hier überspringen stäbchen eine luftmasche und dann wieder in der zweite feste masche die nächste reihe wäre zwei stäbchen in diese eine stäbchen dann eine luftmasche zwei stäbchen in die eine stäbchen luftmasche und so weiter die nächste reihe wäre eine luftmasche in der luftmasche ein stäbchen und zwei luftmaschen hier seht ihr da wo die luftmasche ist ein stäbchen zwei luftmasche da wo hier die luftmaschen ist ein stäbchen zwei luftmaschen da wo die luftmaschen ist ein stäbchen wäre die reihe auch fertig die hier ist auch eigentlich ganz einfach das sind alles doppelt stäbchen drei doppelt stäbchen zwei achja stimmt also drei doppelt stäbchen dann eine luftmasche das hier ist die luftmasche dann wieder drei doppelt stäbchen und die alle hier in ein von diese stäbchen dann kommen drei luftmaschen eine feste masche in da wo das stäbchen in da wo das stäbchen ist drei luftmaschen wieder drei doppelt stäbchen eine luftmasche drei doppelt stäbchen in eine und hier eine überspringen eine feste masche drei luftmaschen ein stäbchen überspringen drei doppel eine luftmasche drei doppelt drei luftmaschen die wieder überspringen eine feste ist ganz einfach hier haben wir jetzt nochmal aufgeschrieben der etwa die ich jetzt machen möchte ist ein bisschen komplizierter kann man eigentlich nicht sagen ist auch einfach aber zum aufschreiben ist einfach ein bisschen blöd also das sind jetzt diese feste maschen die wir hier haben faden herum seht ihr hier weiß man immer dann wo vorne und wo hinten ist wenn ihr so ein kontrast faden habt nach heraus ziehen jetzt machen wir hier ein stäbchen dann haben wir drei luftmaschen 1 2 3 dann doppelstäbchen als doppelstäbchen ist zweimal um den nadel herum und dann zwei überschlagen also 1 2 hier rein und den einmal durchziehen zweimal durchziehen dreimal dann haben wir das doppelte und das müssen wir dreimal so noch einmal jetzt haben wir die drei dann eine luftmasche und in dieselbe dann haben wir hier drei luftmaschen dann haben wir hier eins zwei drei luftmaschen dann haben wir hier eins zwei drei luftmaschen eins zwei drei und dann wieder zwei überspringen und in feste eins zwei überspringen hier in feste eins zwei drei seht ihr drei dann wieder dasselbe mit die doppelte zwei überspringen und jetzt hier rein die einmal drei und nochmal eine luftmasche so das waren die drei eine luftmasche und wieder drei eins zwei drei dann machen wir drei luftmaschen und wieder zwei überspringen eins zwei feste maschen und das machen wir jetzt rundherum also ich habe jetzt diese reihe fertig habe die drei luftmaschen und gehe hier und machen kettemasche wo ich die erste feste masche gehabt habe jetzt kommt dieses da kommt eine luftmasche dann zwei doppelstäbchen also werden zweimal um die nadel rum hier wo die drei sind kommen zwei doppelstäbchen einmal nachdem der fahrer noch richtig chance dann normal doppel dann vier luftmaschen 1234 und hier eine feste jetzt für die überbrückung wo hier die luftmaschen ist kommen sechs luftmaschen 1 2 3 4 5 6 hier eine feste und jetzt 4 1 2 3 4 luftmaschen 2 doppelstäbchen einmal zweimal luftmasche dasselbe jetzt hier wieder also also hier da das stäbchen jetzt kommen wieder die luftmasche habe ich gerade gemacht jetzt kommen hier wieder zwei doppelstäbchen genau wie am anfang 1 2 3 luft 4 luftmaschen 1 2 3 4 hier unten die feste luftmasche jetzt sind wir ja hier wo die eine luftmasche ist da kommen jetzt 6 1 2 3 4 5 6 und ein stäbchen eine feste masche brauche lauter stäbchen eine feste masche hier 1 2 3 3 4 luftmaschen zwei doppelstäbchen hier rein 1 2 2 3 4 4 luftmaschen 2 2 3 4 luftmaschen so jetzt haben wir wieder 1 fertig jetzt wieder dasselbe in grün eine luftmasche zwei doppelstäbchen hier rein 1 2 4 luftmaschen die immer der faden halb ist gar nicht so locker 1 2 3 4 der feste hier rein jetzt sind wir wieder hier an die luftmasche da kommen 6 1 2 3 4 5 6 und hier wieder die feste 4 hoch 1 2 3 4 und die doppelstäbchen 2 so sind wir wieder bis zum nächsten luftmasche und wieder dasselbe und dann hätten wir das muster fertig seht ihr doppelstäbchen 4 runter feste maschen 6 hier als überbrückung wo die eine luftmasche von unten ist vier wieder hoch zwei doppelstäbchen eine luftmasche das ist immer dieses was wiederholt wird wieder 24 runter fest 64 hoch ok und das mache ich jetzt fertig und dann kommt nur noch mein glöckchen und dann haben wir unsere kugel unserer glocke fertig so jetzt habe ich das auch fertig faden abgeschnitten den müssen wir jetzt für nähe den faden können wir jetzt rausziehen der gedächtnis faden brauchen wir jetzt nicht jetzt habe ich hier vom ring von dem er allerersten den faden ring den faden über den ziehe ich jetzt hier oben durch so ziemlich mein glöckchen und jetzt können wir machen entweder hier verknoten hat es länger runter hängt oder ihr vernäht den faden geht es und er bleibt oben oben zu hängen das könnte jetzt machen wir euch statt am besten gefällt dann wäre unsere glocke schon fertig und dann könnt ihr den entweder verzieren hat der perlchen vielleicht hier noch drauf macht ich wollte jetzt so in die lassen das könnt ihr jetzt machen wie ihr möchtet oder was ihr vielleicht an verziehung noch habt so ok alles weg den faden muss ich nachher noch vernähen jetzt habe ich drei muster euch dahin gemacht damit ihr mal was zur abwechslung habt und selber ausprobieren könnt was euch gefällt das sieht auch gut aus also noch einmal hier oben das war denn die spitze dann hier dieses runter wo das feste ist und dann diese drei muster ihr könnt ja der computer auf vollbild machen stand und das denn abschreiben oder abmalen was euch jetzt am besten geht so und wenn es euch gefallen hat geben zu uns einen daumen nach oben und über jedes abo würden wir uns freuen bis zum nächsten mal